Liebe Kunden, Lieferanten, Partner und Freunde der Automation, 2018 war für die Stein-Automation ein sehr erfolgreiches Jahr. Trotz allbekannten Problemen wie zum Beispiel Fachkräftemangel und Lieferengpässe bei den Lieferanten hat die Stein-Automation seine Kunden gerade durch schnelle und kurze Lieferzeiten begeistert. Hier hatten wir Schwerpunkte im Bereich der Komponenten und der gesteuerten Anlagen. Darauf sind wir stolz. Wie schaffen wir das? Wir schaffen das nur dadurch, dass wir seit über 25 Jahren sehr stark an unseren Standards arbeiten und diese auch einhalten. Standards für Sie bedeutet Sicherheit und vor allem Flexibilität auf Marktanforderungen zu reagieren. Die Stein-Automation ist ein Familienunternehmen, das sehr viel Wert auf Ausbildung setzt, um gerade dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken. Wir beschäftigen über 12 Nationen. Das ermöglicht uns gerade im internationalen Wettbewerb erfolgreich zu sein. Werte wie Ehrlichkeit, Zuverlässigkeit und vor allem das gemeinsame Handeln sind uns sehr wichtig. Leider vermisse ich dies persönlich in Deutschland, Europa und der Welt. Und ich wünsche mir für 2019 ein mehr gemeinsames Handeln. Die Stein-Automation, die Mitarbeiter und ich wünschen Ihnen ein frohes Fest und eine geruhsame Zeit. ? Erste Sch regenrie anательно Die Wünsche unserer Mitarbeiter sind so vielfältig wie die Menschen, die sie äußern. Aber alle Steinmitarbeiter haben etwas gemeinsam. Das Ziel auch in Zukunft innovative und verlässliche Transportsysteme zu erstellen. Mit viel Erfahrung und Ideenreichtum finden Sie für Ihre Kunden Wege, um Ihre Produktion schneller, sicherer und vor allem besser zu machen. Was auch immer Weihnachten für Sie bedeutet, Steinautomation wünscht Ihnen ein schönes Weihnachtsfest. Untertitelung des ZDF, 2020